Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, ich habe mir bei eBay Kleinanzeigen eine Bohrmaschine gekauft. Leider war das Stromkabel defekt. Auf der Suche im Baumarkt gab es leider eine Enttäuschung. Es gab keines mit 2G 1,5 in keinem der bekannten großen vier Baumärkten. Bei Amazon gefunden, bestellt, geliefert, alles super. Habe gleich noch an einer anderen älteren Maschine das Kabel gewechselt. Toll! Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.